Anfang der 2000er Jahre unterwarf sich Jutta Köter für eine Weile einem strengen System. So entstand 2004 das Werk »Fresh Aufhebung«. 170 kleine Leinwände, jeweils 50 x 40 cm groß, die sie ausschließlich mit schwarzer Acrylfarbe bemalte. Die Bilder hängen dicht an dicht, mit etwas unterschiedlichen Abständen zueinander, und sie können jedes einzelne in Ruhe betrachten. Das ist keine Selbstverständlichkeit bei Jutta Köter. Bei einer Ausstellung in Köln 2006 lief eine DVD, die die 170 Leinwände auf einem Bildschirm zeigte, während die Originale zwar anwesend waren, aber im Dunkel des Raums verborgen blieben. »Fresh Aufhebung« ist wie ein Tagebuch angelegt. Jede Leinwand eine minimale abstrakte Geste. Hier ein paar blasse Linien, dort zarte Schlieren, ein paar wilde Kreise, düstere Eruptionen von Schwarz, gebändigt durch das kleine Format und dazwischen immer wieder ein X. Als habe Köter etwas ausgestrichen, ausgelöscht, aufgehoben, wie der Titel suggeriert? Die Farbe? Die Malerei? Das bleibt letztlich ungeklärt. Köter verwendete das rätselhafte Wortspiel »Fresh Aufhebung« mehrfach. Unter anderem als Titel einer Reihe von Filmen über Kunst, in denen sich unterschiedliche Filmgenres überlappen, jede Zugehörigkeit auflöst und dadurch etwas Neues entsteht. Eine Zwischenwelt, in der Verlust auch befreiend wirken kann. Und an dieser Stelle treffen sich die Filme und diese 170 Leinwände. Auch die Beschränkung auf eine Größe und eine einzige Farbe hatte für Jutta Köter etwas Befreiendes. So wird jeder Pinselstrich, jede Nuance, jede Emotion beim Malen sichtbar. So wird jeder in der Verlust auch befreiend, die in der Verlust auch befreiend.